Hallo Freunde des Baldurngates 3 Abenteuers. Ihr seid genauso blöden Fische wie ich und ihr könnt so einige Schriften in diesem Spiel einfach nicht lesen, dann kommt jetzt mein perfektes Workaround, wie ihr das einfach verbessern könnt. Es gibt nämlich eine schöne Mod, die in das Spiel implementiert wird. Das ist diese Mod hier, Bigger Fonts Mod. Die bekommt ihr auf dieser Seite, die ich euch unten in der Beschreibung verlinken werde. Hier ladet ihr einfach die Bigger Fonts Mod runter, die 10% Larger Version. Das ist die, die ich jetzt benutzt habe, die auch für mich optimal ist. Die ladet ihr einfach hinunter, dann startet ihr den Download, so wie jetzt hier zu sehen. Dann bekommt ihr hier die Bigger Fonts Mod, die habe ich natürlich schon runtergeladen, weil ich es natürlich schon getestet habe. Dann öffnet man das Ganze. Dann drückt ihr die Windows-Taste plus R-Taste. Dann öffnet sich hier unten das Ausführenfenster. Dann gebt ihr dann folgendes ein. Dieses hier. Das werde ich euch auch unten verlinken. Dann drückt ihr einfach auf OK. Dann habt ihr diesen Mod-Ordner von Baldur's Gate 3. Da schiebt ihr dann einfach diese Datei rein. Schließt das Ganze. Öffnet Baldur's Gate 3. Dann sagt er auch schon, dass ihr ein Mod installiert habt, das es natürlich zu Problemen führen kann. Ist ganz klar. Diese Meldung nicht erneut anzeigen. Spiel starten. Und dann habt ihr das bessere Spielerlebnis. Ihr bekommt größere Texte. Ihr bekommt ein größeres Menü. Es sieht alles ein bisschen smoother aus. Für Leute mit schlechten Augen, so wie ich, ist es natürlich optimal. Ich hoffe, euch hat es geholfen. Lasst doch ein Like da, wenn es euch geholfen und gefallen hat. Viel Spaß beim Spielen.